Die Wanderausstellung Hall of Fame des deutschen Sports ist in der Ehrenhalle des Olympiastadions zu besichtigen. Das Leben und die Leistung von deutschen Sportgrößen wie Katharina Witt oder Franz Beckenbauer werden in der Schau aufgezeigt. Neben lebensgroßen Pop-up-Figuren haben die Besucher auch die Möglichkeit, durch Interaktivität mehr über die Sportidole zu erfahren. Die Ausstellung ist für jeden Besucher des Olympiastadions zugänglich und macht bis zum 12. Juli Station in Berlin.